. 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 Ich frage mich, warum? Warum gibt es Kinder? Echt so. . Tja, damit ich schnelles und gutes Geld bekomme. Wo bist du deine Mami? Ja? Ja. Ja. Schneller! Was ist denn die Hosen? Das ist nur ein Feriencamp für Kinder. Feriencamp in der Natur. Ja, die lachen auch alle. Los, sing mal alle meine Entchen! Dann ist ja gut. Okay, ist gut. Was ist denn hier los? Die Polizei war da. Aber so ein Feriencamp ist doch eine feine Sache. Na, Hauptsache, die kommen nicht wieder. Nein, wird schon nicht passieren. Willst du euch etwa wehren? Setzt euch sofort wieder hin! Sofort! Setzt euch wieder hin, es gibt Essen! Alle in einer Reihe! Festhalten! Festhalten! Welche kriegt man? Genug! Guten Appetit! Schön aufessen! Wir machen uns jetzt auch was Leckeres zu essen. Aber denkt ja nicht, das war's für heute. Es gibt noch sehr viel zu tun. Oh krass, denn hier ist noch mehr! Ich muss noch mal kurz telefonieren. Wehe, lass die Kinder wieder abhauen. Wehe, passt nicht auf! Ich weiß nicht, ob ich euch so recht vertrauen kann. Doch, kannst du. Vollkommen vertrauen. Sicher? Ja! Und passt mir ja auf die Tasse mit den Blasrohren auf. Habt ihr mich verstanden? Ja! Du da! Du da! Schneller! Kinder sind einfach dumm! Geht mal ein bisschen weiter auseinander, du da! Ein Stück von ihr weg! Guckt nicht so! Los, arbeitet schneller! Wir machen doch schon! Wir machen doch schon! Hey! Hallo! Eileen! Hallo! Au! Schnell! Los! Ihr seid frei! Beeilt euch, bevor die Entführer wieder aufwachen! Wir sind gegen Kinderarbeit! Überall auf der ganzen Welt! Aufwachen! Die Welt! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020